Ah, 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 oh je, mini, abdi, 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 nein, nicht, weiß ich das etwa, hallo, Schwester, viel Spaß. Hallo, hallo, ich bin's wieder mal und ich habe ganz lieben Besuch wieder für ein neues Spiel. Das ist meine liebe, bezaubernde Kollegin Karatschotan. Hallo allerseits. Der eine oder andere kennt sie ja auch schon und wir haben heute wieder das lustige Songs erraten in Slow Motion. Mal sehen, wie weit da kommen. Oh je, oh je, oh je. Okay. Und? Ich will keine Schokolade. Ach so, ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Falsch, weiter geht's. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich will gute Zeiten, oder? Wir lösen mal auf. Ja, das will ich mal. Ha, ha, ha. Sehr gute Zeiten, schlechte Zeiten. Eben das nur sich. Gut gesagt, man kennt's nicht, ja. Sehr gut, weiter geht's. Das ist der Trostpunkt. Ich habe wenigstens jetzt einen Punkt. Das ist gut. Schon hier Revier ist die Autobahn. Hier ist die Autobahn. Hier ist die Autobahn. Aber was ist das für ein Lied? Was, hier ist die Autobahn? Oder, habe ich verstanden. Weiter geht's. Die Einsatz heißt, volles Tempo, ihre Liegner von heute, extrem schnell und gefährlich verbrechen. Wie das Lied ist, das heißt, was es gefährlich ist, oder? Wie das Lied ist, volles Risiko, volles Risiko, volles Risiko. Wir lösen auf. Schnell und gefährlich. Was ist das für ein Lied? Lied auf am Koopa S. Am Koopa S. Ich habe mir noch nicht gekocht, ehrlich. Ja. Die haben uns geoutet. Ja, ja. Haben wir noch nicht gesehen. Ja, so. Ah, ich meine, ich lasse, ich lasse, ich lasse, ach, Griechisch, hier, Zitaki. Ja, nee. Tada. Zitaki. Zitaki. Falsch. Sobas, ich will sowas. Falsch. Falsch. Doch, das ist doch Griechisch. Das ist Zitaki. Willst du es noch auf? Manchmal mache ich Blödsinn und mach mich breit auf der Karte. Willst du mich dann ernst? Das ist ein Lied. Das ist mein Zitaki. Das ist mein Zitaki. Alle meine Farben. Kann ich das jetzt noch machen, oder? Manchmal höre ich pink. Aber wenn das so langsam ist, klingt das wie ein Zitaki. Das siehst du mal. Wenn das so anfängt, dann schnell. Aus. Ja. Ganz anders klingt das. Manchmal mache ich blau. Ach, das ist so witzig. Und mach mich breit auf der Kau. Ach, das ist immer lustig. Das ist immer sehr originell, muss ich mal sagen. Weiter geht's. Ganz schön witzig. Das ist immer grüß. ja ja stunden später wir machen stück weiter noch eine andere stelle weiter müsste dafür so fort, deswegen... Achso. Uh, ja, ja, Heavy Cross. Ja. Ja. Jetzt mal versuchen, dass die Körer-Oto-Version geht. Geht mal nicht los. Achso. Das war's so schön. Es geht um ein Fisch. Es ist ein Fisch. Es ist ein Fisch. Es ist ein Fisch. Es ist ein Fisch. Er hat dich, das ist ein Fisch. Er hat dich, dass die Körer-Oto-Version geht. Es ist ein Fisch. It's alright, but never complete Well, if I'm sorry I'll take you, baby It's alright, even now I can do it It takes two It's up to me and you to prove it Sehr schön Das macht Spaß, was geil Weiter geht's Schirio Du musst ihn so rumhalten, damit man das sieht Das ist aber auch ein nerviger Ton, ne? Stimmt Weiter geht's Das ist bestimmt jetzt dein Song Also, Möwen? Das bist du Hey, mein Freund, das ist Santiago Das ist hier Ja, Santi? Also, das bist auf jeden Fall du Mach ich an Ich suche nach Frieden, doch ich sehe nur, dass du in den Leben Hast du das vorgespielt? Ja, aber das war nicht so, dass die Stelle auch mehr gut ist Die Stelle, die du uns vorgespielt hast Hey, mein Freund Genau Was ist denn nur los bei euch In der Menschenwelt Das hört man auch, wenn du bis zum Menschen gehst Also, bei uns in der Unterwasserwälder Da ist alles so friedlich Das bist du auch so, oder? Ja, das ist so, oder? . . . . . Ah, das ist der Schoko-Kaffee, die Wärmung hier, aus Baden, mit unserem Butterbark, die Eichstab. Toni Marschow. Toni Marschow. Das ist die Daniela Eichstab. Schoko-Kaffee, Anna Beheb, mein Schoko-Kaffee, der Daniela Eichstab, mein Schoko-Kaffee, kommt alle her, trinkt alle mit, Schoko-Kaffee, dann sitzt er nicht an. Schoko-Kaffee. Das sieht aber gut aus. Das ist auch gut bei Lander, ne? Du hast ihn ja gesehen, ne? Richtig. Hat er nicht mal die Löckchen, die er früher hatte. Na, er traut sich jetzt auch nicht an. Ja, mit Tuppet. Ja, mit Tuppet. Ich finde das gut ohne Tuppet. Hat doch der Connery auch gemacht, nicht? Der ist doch albern. Ich finde, auch Männer müssen überhaupt keine Haare haben. Und das hat der Sache gar keinen Abbruch getan, auch die ganze Damenwelt, nicht? Nein. Auch wenn er hier die Pläte hatte. Das ist sexy. Oh, also, die Stoffmütze macht. So ist das jetzt schon. Die Stoffmütze macht. So was slow, oh, 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 oh. Ich habe es nur ein Gefühl, dass ich mich nicht mehr aufgerichtet habe. Aber wie heißt es nicht? Also ich weiß, dass wir da mal eine Sponsportversion gemacht haben Aber ich weiß nicht, wie er schlägt und wie der Originalpick Das klingt so etwas selbstverständlich Das klingt falsch, oder? Das klingt falsch, oder? Das ist überwältig, das ist vielleicht nicht sicher Ich schätze mit der Hulu, ich bin selber schlau Okay Oh, ist schon vorbei? Dieses Spiel ist vorbei, genau Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß Wir haben Spaß gehabt, genau Aber ich hätte gerne noch länger gespielt Beim nächsten Mal, bei einem anderen Spiel Tschüss 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 Vielen Dank.